Für welchen Wert von x ist der Durchschnitt von 1, 3, 2, 1 und x gleich 4? Den Durchschnitt dieser 5 Zahlen erhält man durch die Summe der 5 Zahlen geteilt durch die Anzahl der Zahlen, das heißt geteilt durch 5. Dieser Durchschnitt ist gleich 4. Die 5, die hier teilt, können wir rechts rüber setzen, wo sie die 4 multiplizieren wird und links bleibt dann noch 7 plus x. Also gilt 7 plus x gleich 4 mal 5, 20. Jetzt setzen wir diese 7 noch rechts rüber, somit steht rechts 20 minus 7, also ist x gleich 13 und demzufolge ist die Antwort D die richtige.